Der fliegende Holländer ist in der Basis schon eine romantische Oper, ist auch durch die Erzählung eine romantische Oper, die er verarbeitet, aber im Grunde bricht er in der Oper auch mit der Tradition. Er schließt an, an der Tradition, das ist natürlich auch sehr klug für das Publikum, dass er auf Weber, Maschner und so weiter zurückgreift. Beethoven, alles ist da drin, aber er bricht es mit der Figur des Holländers, die komplett neu ist. Es gibt so viele verschiedene Fassungen, eigentlich fünf verschiedene Fassungen, und die unterscheiden sich stilistisch schon gravierend. Also die frühe Fassung ist natürlich noch viel mehr bei der traditionellen Oper seiner Zeit, während die späte Fassung von 1860, die wir ja spielen, schon die ganzen Einflüsse eines anderen Klangbildes hat. Die Instrumentation ist komplett anders, und da weist es schon auf das Spätwerk hin, denn es ist ja sozusagen mitten im Spätwerk korrigiert worden. Das Spannende am Holländer finde ich schon, dass da sehr viel Revolutionäres noch drin ist, im Gegensatz zu dem, wo er natürlich auch seine ganze Haltung geändert hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Stück geschrieben wurde, als er kurz danach auch auf die Barrikaden ging. Also die gesellschaftliche Situation war schon eine solche, dass man von revolutionärer Musik sprechen kann. So problematisch er als Mensch war, aber er sah, dass die Chance der Verbesserung der Welt eigentlich nur durch die Frau kommen kann. Und deswegen sind es immer die Frauenfiguren, die am Ende die Erlösung für die Welt bringen. Die Idee der Verklärung steht ja schon im Textbuch, aber die musikalische Verklärung, Die äußert sich dadurch, dass er in der späten Fassung, also ganz leise, verklingend, nach oben schwebend, also auch symbolisch in den Himmel, Musik schreibt, während er in der ersten Fassung noch sehr, auch sehr mit viel Blech und viel Lärm, sag ich mal, eben eine sehr strenge Musik geschrieben hat, wo musikalisch die Verklärung nicht umgesetzt war. Die Senta ist ja eine Figur, die ausbrechen will aus der Gesellschaft. Insofern ist es eben auch revolutionär, dass sie sich als Figur absetzt von ihrer Umwelt, von ihrer bürgerlichen Umwelt. Und Wagner schreibt ja im Holländer auch sehr genau eine bürgerliche Musik, die also die alte Musik ist, und er schreibt eine revolutionäre Musik, die sich durch viel Chromatik ausdrückt. Und insofern hat er schon zwei Welten geschaffen. Die Holländerwelt, die auch einen Freiheitsdrang hat, auch wenn der Holländer als Figur sein Ende herbeisehnt, weil eben bisher die Erlösung durch die Frau nicht stattgefunden hat. Und das ist das, was Senta am Ende eigentlich tut. Die beiden sterben zusammen. Und das ist das, was Senta am Ende.